Hallo und was geht, hombre und chicas? Wir sind wieder back mit 4-3 und falls ihr euch fragt, warum ich... Oh, nervt mich nicht. Warum ich nur alle paar Parts irgendwie eine Begrüßung mache, ist aus dem einfachen Grund, weil ich einfach mehrere Parts ab und zu am Stück aufnehme. Also nicht wundern, wenn ein Part einfach mal so weitergeht und ich euch in einem halt einfach begrüße. Also kann euch ja nur zugutekommen. So, haben wir wieder Munition für die Schrotflinte. Jetzt aber wieder das altbewährte Problem. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich schätze mal hier lang. Aber ich habe bis hierhin schon mal gespielt gehabt. Daran erinnere ich mich jetzt wieder, aber es ist schon eine Weile her, als 4 rauskam. Ich glaube im Juni oder so. Und ja, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich mich auch ganz schön verfranst habe hier. Aber wer weiß. Shit. Lalalalalala. Sieht ein bisschen aus wie CS Italy von Counter-Strike. Hat schon irgendwas, aber naja. Uh, da geht's runter. Oh, die sieht. Bah! Iiiiih! Oh mein Gott. Warum mache ich das? Warum tue ich das nur? Okay, das ist... Oh, nee. Ach, jawohl. Nun läuft das doch schon mal flüssig hier. Ah, mit der Schrupflinte, das ist super. Ich bräuchte Scharfschützengewehr unbedingt und ich habe... Oh, keine Munition mehr, natürlich. Bleibt mir nichts anderes übrig. Muss ich hier die SMG holen. Okay. Yo. Dass die einem immer auf die Nerven gehen müssen. So, was gibt's heute zu sagen? Ja, heute ist... Oh, welcher Tag ist denn heute? Mittwoch. Wie gesagt, äh... Oh, ich verliere den Faden. Das ist... Das ist so schlimm. Was könnte ich euch denn erzählen? Oh, ein Seelenband. Spülen. Hm. Hier fehlt die Frau. Egal. Geht's hier... Ah, hier geht's auch nicht lang. Der nervt. Stirb. 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 Vendetta. Oh, die Grafik, die ist wunderschön anzusehen, aber... Was nützt einem das, wenn man nicht weiß, wo es lang geht? Gab's hier nicht auch eine Karte? Oder so? Hm. Traurigerweise nicht, aber ich... Mein hier habe ich auch ziemlich lange gehangen. Ich glaube, ich musste sogar irgendwie ein Let's Play angucken, damit ich den Weg finde. Ja, ist schon peinlich, ne, aber... Was will man machen, wenn man den Weg nicht kennt? So. Das läuft eigentlich relativ gut. Hier ist ja auch auf Rekruten... Rekrutenschwierigkeit. Ich hab's auch heute. Ich bin irgendwie nicht so fürs Aufnahmen aufgelegt. Ich weiß es nicht. Macht aber auf jeden Fall hier eine Menge Spaß wieder jetzt das Let's Playen. Ihr könnt auch mal, ähm... Die wenigen, die mir jetzt noch zuschauen, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben... Wie ihr mein Stil jetzt so findet, also... Im Gesamtpaket jetzt. Nicht nur den Stil im Sinne von Let's Playen, sondern... Audio-Qualität, Video-Qualität, etc. Ich hab wirklich keine Ahnung, wo's lang geht. Das ist schlimm. Ich hab nämlich keine Lust, jetzt auch einen Aufnahme-Break machen zu müssen, nur weil ich den Weg nicht finde. Das zeigt ja nur... Meine eigene Inkompetenz. War der jetzt tot? Jawohl. Aha, aber irgendwo ging's lang. Ich meine... Irgendwo war... Nee. Man könnte irgendwo in so einen Hinterhof rein. Oh Gott, meine Orientierung. Ups. Der war tot. Ah, hier. Nee. Doch, nee. Oh, schlimm. Hier runter. Jawohl. Oh Gott sei Dank. Dann lief das ja nochmal gut. Ich bin doch hier richtig, oder? Jawohl. Hier, das ist der Hinterhof, von dem ich gesprochen hab. Das war er. Super. Gefällt mir. Zack. Aber die Bewohner, die tun auch nichts. Die verstecken sich immer nur. Das geht mir gar nicht ab, irgendwie. Zack. Nein, 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 nein. Oh. Fake-Frau außerhalb der Küche. Nein, ich bin nicht frauenfeindlich. Ich respektiere Frauen. Auch wenn man's mir nicht ansieht, ich hab ja auch eine relativ soziale Art an mir. Auch wenn das im Let's Plane oder vor allem im Privaten, wenn ihr mich kennt, da bin ich noch asozialer. Oder wenn ich jetzt unter ein paar Leuten bin und keine Ahnung. Also nicht im Sinne von asozial von Rauchen, Trinken, Kiffen und so. Oh, ne Alma-Puppe. Sondern im Sinne von Witze reißen, die nicht jeder als witzig empfindet. Aber das hab ich in meinen alten Let's Plays auf Blaze-IP schon ab und zu gemacht. Und will ich hier nicht nochmal aufleben lassen, weil ich weiß, mir schauen einige 12, 13, 14-Jährige zu. Oder haben zumindest. Und man hat ja unterbewusst auch immer eine gewisse Vorbildfunktion. Das will man... Oh mein, was zur Hölle ist das? Lass... Och, ne. Will man sich grad verstecken und da kommt so eine Scheiße. Alma-Puppe, zum zweiten Mal meine. Genau hier. Hier war ich. Das war's. Weiter war ich nicht. Ich habe zuerst damals hier die Dinger ausgeschaltet. Die, ähm... Die normalen Gegner. Und dann diesen Roboter. Der Roboter, der hat zu mich reingehauen. Ich musste mir alle Munition, die ich kriegen konnte, holen. Nur um den zu töten. Aber es war echt nicht schön. Vor allem bombardieren die mich jetzt noch mit Granaten und... Scheiße, betäubt, betäubt, betäubt. Jawohl. Oh, wie soll man den denn totkriegen? Oh, selbst auf Rekrutenschwierigkeit ist der unmöglich. Oh Gott. Okay, Leute, ihr könnt euch jetzt zurücklehnen. Das wird noch, ich glaube, 50 Parts so weitergehen. Aber ihr kennt mich. In so Spielen ist das immer problematischer Scheiß. Ah, nimm, nimm, nimm. Stirb. Soweit ich weiß, war der gar nicht so schwer. Man musste nur mal einen Punkt erwischen, wo man den drangekriegt hat. Aber den gab's halt selten. Weil das ist so eine krasse Kampfmaschine. Die folgt einem bis aufs Blut. Aber hier gab's... Ah, jawohl. Die Bazooka gab's noch hier. Und damit dürfte das weniger Probleme bereiten. Wenn man den so ausschalten kann. Wo ist er? Ach, jawohl, komm. Locker. Kann ich ja jetzt meine SMG wiederholen. Und muss versuchen, hier nicht drauf zu gehen. Ja, eine Granate, natürlich. Mist. Ach Gott. Aber was muss ein normalsterblicher Mensch bitte anstellen, um in jedem Shooterspiel von so vielen Terroristen gejagt zu werden? Oder in dem Fall halt Polizisten oder Spezialeinheit, was weiß ich. Selbst wenn der hier aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, dann gehen die noch lange nicht so auf einen los. Aber egal. Realismus und Opportunismus. Ich hab keine Ahnung, was ich in der Labe. So. Geht's hier überhaupt lang? Ach, da oben. Ach, ist er ja süß. Rot. Aber ich war mal viel besser in Shooterspielen, auf jeden Fall. Ey, man kann die Wand kaputt machen, ist ja cool. Oh, scheiße. Was da könnte jetzt eng werden? Ich hasse diese Eigenschaft an mir, dass immer wenn ich ultra konzentriert bin, dann bin ich saustill. Und das ist fürs Let's Playen eher ungeeignet, deswegen frage ich mich manchmal, warum ich überhaupt so Spiele spiele. Aber das macht einfach Spaß. Und ich glaube, mein Stil ist auch nicht so schlecht. Zack. Oh, ist tot. So, kann ich euch eigentlich noch eine lustige Geschichte erzählen? Ah ja, lustige Geschichte. Heute hatten wir Arbeit geschrieben bei Frau Spang. Das ist meine Lehrerin in... Ach, wie nennt sich das Fach? Das ist ein Fach, wo man Texte gestaltet, Texte formatiert, zehn Fingertippen lernt und alles. Ich bin ja auf so einer Medienschule, Handel, E-Commerce und so. Und ja, wir haben Arbeit geschrieben. Und die hat halt gesagt, ähm, beschäftigt euch nicht mit dem Kleinkram. Und jetzt, jetzt kommt's wörtlich. Wort wörtlich. Beschäftigt euch nicht mit dem Kleinkram. Sucht nicht jeden, äh, hinter jedem Busch einen Neger. Hat die gesagt, die ganze Klasse fängt an zu lachen, eine halbe Stunde oder so. Und wir haben ja noch einen Schwarzen in der Klasse, also so einen braunen halt, der ist Franzose. Und dann sagt er nur, ja, schön, dass sie's bemerkt haben. Das war einfach nur so genial. Und die Lehrerin so, nee, sie sind ja kein Neger. Oh Gott. In der Schule passiert so viel kranker Scheiß. Aber heute acht Stunden gehabt. Und ist schon eine lange Zeit. Muss nicht unbedingt sein. So, nun zum Spielgeschehen. Weiter geht's. Wie gesagt, ab hier ist es absolut blind. Hier, was ist das? Hier war ich noch nicht. Ist doch gut so. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ja, und wo kommt die jetzt her? Aber jetzt hab ich immerhin mein Scharfschützengewehr. Oh, das zoomt mir ein bisschen zu arg. Aber egal, auf jeden Fall in jedem Spiel bin ich mit dem Scharfschützengewehr einfach so unglaublich gut. Ja, soviel zum Thema. Oh, nee. Es ist immer gut, wenn man eine gesunde Portion Spaß an der Sache hat. Komm, put, put, put. Peng. Natürlich. Wieso hab ich jetzt bitte daneben geschossen? Ich renne jetzt einfach auf den Zoo und mach das No-Scope. Komm her, komm, put, put, put. Oh. Boah. Ähm, ihr könnt jetzt mal die letzten zwei Minuten löschen, in denen ich gesagt hab, ich kann mit dem Scharfschützengewehr umgehen. So, das hast du verdient. Wäre lustiger, wenn ihm noch, äh, Teile rausfetzen würden, wie bei Left 4 Dead. Aber naja. Kann ja nicht alles haben. Okay, wo geht's lang? Oh man, ey, mein Orientierungssinn, der macht mich selbstfertig. Das ist nicht mehr schön. Zwei auf einen Streich. Ja, komm. Stand genau hinter dem und... Ach, was reg ich mich auf. Der hätte jetzt auch eine Kugel in den Kopf fangen müssen, aber egal. Bam. Uh, der war gut, der war so... Aha, schön. Nein, ich hab mir die Waffe geschnappt. Egal, dann hol ich mir jetzt die SMG wieder. Ist zwar so eine Standardwaffe, die eigentlich kein Mensch braucht, aber die ist altbewährt und was ist das? Und gut. Ach, ist das da oben, der Vogel? Ach, warum nicht? Schieß mal mit der Basuka drauf. Muss ich den aber erstmal finden. Ah, da oben steht er ja. Zack. Erwischt. Ist der jetzt weggerannt oder war's das mit ihm? Ich glaub, er ist weggerannt, weil der spielt bestimmt noch eine Rolle in dem Spiel. Ey, das hier ist so viel zu viel. Leute, das ist doch kein Zustand hier. Erstmal hier reinverstecken. Okay, was muss man tun? Was muss man hier tun? Ich glaub, man muss da oben hin, wo vorhin dieser Elektro-Heine bestanden hat. Und bleibt nur noch eine Möglichkeit, durchrushen und hoffen, dass man nicht stirbt. So, hier die Leiter mal hochkrakehlen. Komm her. Und da kommen sie natürlich von allen Seiten. Das ist immer so in den Spielen. Hä, wo ist denn der? Oder versteckt er sich jetzt? Oh Gott. Gibt ja Leute. Toll, jetzt bin ich hier oben und... Ach so, ist da... Wäre jetzt cool, wenn ich... Ah, okay. Ja wohl. Ich hoffe nur, dass du dich an eine Flugausbildung erinnert. Ich habe nicht eine Sekunde an dir gezweifelt. Gut. Da haben wohl wieder die beiden Söhne von Olmar zueinander gefunden. Wie gesagt, wir sind der lebende Bruder und wir sehen die ganze Zeit unseren anscheinend toten Bruder, aber das hat bestimmt noch eine größere Bedeutung. Egal. Er hat sich